Was bisher geschah... Was haben wir hier? Der oder die Täter waren schnell. Sie haben mich um Hilfe gebeten. Sie brennen! Mit ewigen Eis! Kleine Bundesländer! Der Kröte der Sieben. Dafür brauchen wir Protokoll. Auf! Ach, Sie sind ja verrückt. Gestatten, Smith. Agent Smith. Das CBI hat mich geschickt. Wann Sie etwa behaupten, ich hätte an diesen Katastrophen Schuld? Was soll das? Lassen Sie sich sofort los! Zu spät. Alle sind angestellt. Warum zünden sich diese Menschen an? Diese Menschen stehen unter einem fremden Einfluss. Wir hatten den Tag hell. Hört ihr gleich an zu. Lassen Sie stehen! Oder wir müssen schießen! Wir sind vom amerikanischen Katastrophenschutz und mit Genehmigung der kanadischen Regierung hier. Mit sofortiger Wirkung steht Vancouver Island unter Kriegsrecht und Port Radi unter Quarantäne. Eine ganze Stadt begeht kollektiven Selbstmord. Ich denke normal ist das nicht. muss man sehen. Das ist das nicht alt. Wir haben da eine ganze Tausend nicht. Auf die Gäste nicht. Aber das ist die Gäste nicht einfach so knapp. Ein Zugang. Ein Zugang. Ein Zugang nicht auf die Karte. Aber es ist das nicht einfach nur so knapp. Untertitelung des ZDF, 2020